Moin! Jetzt geht's wieder los. Willkommen zum zweiten Video. Wir packen noch einen Lachs auf den Salzstein. Und diesmal machen wir das etwas anders. Ich würde ganz gerne noch mal, ich habe es zwar im ersten Video schon gesagt, aber ich wiederhole mich da ganz gerne noch mal was zum Salzstein sagen. Salzstein hat viele, viele Vorteile. Das heißt, er nimmt die Hitze sehr, sehr gut auf und er gibt sie auch sehr, sehr gut wieder ab. Aber man muss auch ein bisschen aufpassen, denn es passiert sehr, sehr leicht, dass beim Aufheizen des Salzsteins das Ganze nicht platzt. So, wie kann ich dem entgehen? Eine indirekte Zone und eine direkte Zone. Heiz den Stein in der indirekten Zone 20 Minuten auf und schieb den dann auf die direkte Zone. Gebt dem Ganzen noch mal 10 Minuten und dann könnt ihr Fleisch, Fisch, was ihr auch immer wollt, dort drauf packen. Und ich schwöre euch, wird richtig gut. Ihr habt ein bisschen Salz da dran, lecker essen, ganz, ganz großartige Geschichte. Super einfach. Aber wir haben am ersten Video etwas gemerkt und das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich hatte schon mit Peter Zeit da drüber gesprochen. Peter auch an dieser Stelle nochmal. Alles Gute und vielen Dank. Er sagte, eventuell reicht dieser Salzgehalt vom Salzstein nicht aus. So, und wir haben Tatsache dann auch vorher nicht mehr Salz dazugegeben und haben das wirklich mal ausprobiert, ob das Tatsache so stimmt. Ja, es stimmt. Es fehlte Tatsache Salz. Und Salzgehalt ist nicht so hoch. So, deswegen haben wir uns etwas überlegt und wir gehen jetzt ein bisschen entgegenwirken. Ich habe auf dem Markt gefunden. Zitrone. Habe ich schon mal ausprobiert. Ist richtig, richtig lecker. Halt mal die Nase drunter. Und, ist gut? Riecht richtig frisch. So, dann werden wir jetzt frischiges machen. Zum einen, was brauchen wir überhaupt heute? Malaba-Pfeffer. Ganz frisch. Eine Bio-Limette. Und nochmal Tomaten vom Markt. Das sind Honigtomaten. Richtig gut im Geschmack. Richtig toll. Kann ich nur empfehlen. So, wir schneiden jetzt den Lachs ein bisschen an. Seid ein bisschen vorsichtig, dass ihr die nicht durchschneidet. Das kann sehr schnell passieren. So ungefähr 2 cm. Das ist 1,5 cm. Ganz vorsichtig. Dann werden wir jetzt einfach Fleur-de-Cel nehmen. Und werden das hier schon mit aufbringen. Ihr seht hier richtig die Zitronenstücke hier schon mit drin. So, dass ihr das hier richtig in die Lücken hier mit reinpackt. Dass das so richtig eingebracht wird. So. Ich denke, das sollte uns jetzt erstmal reichen. Ganz kurz an die Seite. Und schneiden. Das sind 2 Stücke. So. Nehmen wir einen. Brauchen wir jetzt noch ein bisschen Abrieb. Seht zu, dass ihr das Weiße nicht mitkriegt. Das ist bitter. Das wollen wir nicht haben. Nur Tatsache die Schale. So. Primo. Dann schneiden wir das Ganze in Scheiben. Ich sollte mir vielleicht ein neues Messer kaufen. Ich jammer ja schon mal bei meiner Frau, dass ich endlich mal ein Miyabi-Messer haben möchte. Aber meine Frau sagt, dann spar doch. Dann kannst du doch ein Miyabi-Messer kaufen. Ihr seht, das Leben als Griller ist nicht immer ganz so einfach. Aber ich habe drei Sparschweine. Mal gucken, wie viel ich da rauskriege. So. Und dann schneiden wir das nochmal in die Hälfte. Und nehmen diese, die wir eben schon ein bisschen abgerieben haben, den Bauern auch mit dazu. Das ist wirklich ein Drecksmesser. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieder ein Pfeil für die Outtakes. Aber das können wir zumindest so schon reinpacken. So. Das heißt, die knallen wir so rein. Siehst du, welche Not wir hier haben? Siehst du das? Ja, da brauchst du gar nicht lachen. Wir brauchen dringend ein scharfes Messer. Ja. Habe ich dich überzeugt? Nein. Ja, ja. So ist das hier. Ich habe halt Weihnachten. Echt? Kriege ich an zu Weihnachten? Das wäre ja super. Ich habe Zeugen, ne? Du weißt das. So. Noch ein bisschen rein. Zunki, zunki. Ich glaube, das reicht doch nicht so ganz. Das heißt, oje, oje, oje. Okay. Hier rutscht hier schon alles weg. Zack. Da ist hier auch noch rein. Und das auch noch. So. Machen wir noch ein bisschen Pfeffer drauf. Schnappen wir uns noch so eine Tomate. Ja, guck mal. Das geht, oder? Aber nicht, dass du jetzt auf die Idee kommst. Wir brauchen doch kein Javi Messer. Mhm. So. Zack. Noch zwischen. Flash, boom, bang. Zack. Und das hauen wir jetzt auf den Salzstall. So. Das hier so ein bisschen schwarz geworden ist. Das macht überhaupt nichts. Wir hatten da eben schon so ein bisschen Lachs drauf. Deswegen klatschen wir das hier jetzt einfach. Wow, da fliegt schon die erste Tomate weg. Das macht gar nichts. Wir fangen sie alle auf. Wow, yeah. Ich muss sagen, adieu, bis gleich. Und wir sehen uns in roundabout fünf bis sechs Minuten wieder. Da kontrollieren wir mal, wie sich das Ganze anfühlt. Wann Eiweiß austritt. Wenn das Eiweiß aus dem Lachs austritt, dann geht man davon aus, dass es jetzt fertig ist. Und dann schauen wir mal, wann das der Fall ist. Also, wir sehen uns gleich wieder. Hi. So, wir haben jetzt roundabout sechs Minuten hinter uns. Das sieht doch schon ganz gut aus. Prima. Das sieht super aus. Also, holen wir das Ganze mal runter. Flup. Kriegen wir die auch noch mit? Klar. Crash bumbang. Jetzt habt ihr vorne ein bisschen Röstaroben gekriegt, aber die sehen wir doch gar nicht. So, was haben wir jetzt vergessen? Eine Gabel haben wir jetzt vergessen. Ganz wichtig, eine Gabel. Also, zwei Minuten und zurück. Ganz schnell eine Gabel geholt. Das wichtigste Utensil für einen Griller, die Gabel führt danach. So, jetzt sollen wir mal gucken. Jetzt nehmen wir mal die ganzen Sachen hier runter. Gedöns, gedöns, gedöns. Weg damit. Und? Gucken wir mal. Na ja, vorne ist ein bisschen, na ja, hier hat es ein bisschen viel Tempo gegeben. Na ja, glasig ist anders. Das ist Tatsache. Da hätten wir vielleicht, na ja, hier vorne schon. Aber hier am Anfang ist ein bisschen schwierig. Gehen wir mal in diesen Bereich hier rein. Gucken wir mal. Ja, da ist perfekt. Das muss man schon sagen. So, jetzt gucken wir mal, wie der Salzgehalt ist. Boah. Also, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich eine Nummer besser. Muss man sagen. Eddie, bis auf. Tu mir einen Gefallen. Probier das. Und sag mir, was du denkst. Vom Salzgehalt her? Mh, noch mal. Ist besser? Mh, ist besser, oder? Viel besser. Also, Peter, du hattest recht. Ganz klarer Fall. Salz das Ding. Vorher nochmal schön von oben. Dann habt ihr den perfekten Salzgehalt. Das Ding ist saulecker. Das ist wirklich saulecker. Ihr habt die komplette Säure von den Limetten mit drin. Ganz, ganz toll. Die Tomaten schmeckt ihr raus. Die will ich bei uns auch nochmal probieren. Großartig. Also passt wunderbar. Macht das so. Sechs Minuten. Vielleicht fünf Minuten eher. Und dann habt ihr wirklich ein ganz einfaches, tolles Gericht. Passt ein bisschen auf mit dem Salzstein. Und dann seid ihr auch wunderbar dabei. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, Ellie muss ins Bett. Ellie kränkelt ein bisschen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.